Nun ist es offiziell, Schalke verpflichtet Chiere Uronen und hat damit den neuen Linksverteidiger gefunden. Thomas Reis freut sich darüber, dass man nun mit Ovian einen offensiv ausgerichteten Verteidiger hat und mit Uronen einen eher defensiv ausgerichteten. Damit ist man nun auf dieser Position optimal aufgestellt. Uronen kommen von Start Brest, erhält die Rückennummer 18 und wird vorerst für die nächsten Monate bei uns spielen und zwar auf Leihbasis. Anschließend besitzt Schalke aber auch eine Kaufoption, die sowohl in der 1. als auch in der 2. Liga die Möglichkeit besitzt, aus dieser Leier einen fixen Transfer zu machen. Mehr Infos zum Deal und an anderen News rund um Schalke gibt es natürlich hier auf Schalke Inside.